Hallo, Horchi, Grenz, Yuya, Good Gaming, die Anne, Nefias und Kratz. Wir haben auch ne Artikel wie die Anne. Was war los? Ja, Anne, das ist Willkür, Anne. Geschenke, wer möchte? Hier, Maxi, Maxi, Maxi! Das sind Traitor-Fallen, ich kenn die. Das sind keine Traitor-Fallen! Das sind wirklich jetzt! Ja, das sind Traitor-Fallen, die explodieren. Der Traitor kann die zum explodieren bringen. Cool, also kann ich dir jetzt von Ali halten. Geh weg damit! Geh weg damit, Ali! Das sind keine Traitor-Fallen. Oh, Jan, da ging schon ein Hoch! Da ging es schon los, ey! Du sehen die ganzen Geschenke, die auf der Map verteilt sind, oder wie? Nein, nur die ganz kleinen. Du kannst die Schneemänder kömpfen, guck mal. Wie wir alle jetzt verfolgen und den Verdacht haben. Ich hab ein Geschenk für dich. Er konnte es ja nicht ahnen, er hat ja noch keine Runde gespielt. Wir waren ja... Hat er nicht getan. Hat er nicht gemacht, ey. Oh, da rechts neben dir, denk ich. Du kannst sie aushalten. Die Blume brennt. Warum kann man sich jetzt noch hübschstellen? Oh, Alter! Ich hab noch immer ne Pause! Oh, shit! Das ist auch ein Geschenk. Es sind immer kleine Geschenke. Ich bin hier weg, ich bin hier weg. Sind das die roten? Die grünen? Ja, die roten. Warum? Weil sie geflohen sind. Das zerfetzt bei mir hier nicht. Ich hab kein kleines Geschenk. Hier ist Anna. Darf ich schießen? Es kommt ein later party! Ne, Fias. Keine Schneemänder mehr. Die zerfetzen nicht alle. Hey, das war wirklich nirgends hier, oder? Halb ich sehen, gewennt. Serious Businesses? Das ist ne Plasma! Oh! Oh! Wer war das da? Wer hat der Plasma angehabt? Ich war das. Das hab ich ja weg da gesagt. Ja, ja. Das entschuldigt alles bei dir. Was war da drinnen? Warum hast du da reingeguckt? Da war ein Mann auf dem Damenklo. Oh nein. Early. War das noch early? Okay. Ne, das ist ziemlich gewonnen. Warum? Ja, aber ich war der Schocker. Ich hab ne Traitor Fake-Inzi geholt. Das war keine Absicht. Das tut mir leid. Der steht da hinten. Ach, Craps. Horschi hat gerade hier shoppen, Mann. Hier ist Serious im Klo. Englisch, Miss? Und Horschi. Boah, wie ich gewinne dir ins Geschenk! Oh, das Geschenk explodiert! Moment, kann der Traitor das aktivieren, während ich das in der Hand hab? Ja. Oh Gott! Yes. Wow! Irgendwer hier im Raum ist Traitor. Early, du warst das. Du hast es genau verweckt. Yes! Nein, ich hab das einfach nur geworfen, weil ich irgendwer dachte, man kannst doch auch... Er zählt keinen Scheiß. Im Wasser regnet's. Schau mal, warte mal. Guck mal kurz an. Hier wird geschossen. Jetzt ziele ich. Jetzt nicht. Was willst du? Du mal, du sagst, ich ziele. Aber er ist eh noch. Jetzt. Du stellst ihn gerade in der Ecke. Das war das, was ich meinte. Was ist hier los? Nee, Gorobai ist nicht tot. Er ist Dead Ringer. Er ist hier in einem Schönenpool. Dann ist er ja noch hier, oder nicht? Ist das der Trainingfall hier? Ah, da. Ja, ich seh ihn. Ich hab ihn getötet. Ich glaub er ist tot tot. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Alles klar. Anne frei zum Abschluss. Irgendwann schießt auf Anne. Da vorne, Dalu, ist es. Ich hab Yawaki gefunden. Und ich glaub in einer Dinger. Es ist auf jeden Fall Dalu. Nee, er ist als Krabs verkleidet. Er läuft hier. Er ist als Krabs verkleidet. Er ist als Krabs verkleidet. Ich bin fast gestorben. Ich bin schon vorgefallen. Kann er trotzdem als so vorgefallen sein? Wo bin ich denn? Vielleicht bin ich unmöglich. Vielleicht bin ich auch als Manuel. Oh, jetzt fängt es hier auch noch an. Ich hab Manuel Neuer geheadshotet. Ist er tot? Kannst du ihn konfirm? Ich bin voll Idioten. Ich hab mich jetzt nicht auf dir. Was? Ich hab nur gesehen. Make the pool explode. Der Krabs hatte den Deadwinger selbst. Deswegen dachte ich, der Traitor hat dich abgeknallt und die Identität geklaut. Das war schön, Ali. Jetzt sind wir alle super Puppen hier. Roboter. Ali, ich wusste, du warst das mit dem Geschenk, oder? Wo musst du da hinziehen bei den Robotern? Ja, das war mit Abfliegen. Ali, Ali. Das Gaming, das sieht lustig aus. Ein bisschen weiter unten. Ein bisschen weiter unten, ja. So, hier die Diege. Ah, du ein Headshot. Ich bin stuck, oder? Ah, das ist eine Grenzenssäge. Kriegst du wieder? Grenz? Das kriegst du jetzt wieder. Oh mein Gott, Nils blockt mich. Cockblocks. Kennst du wieder Grenzen, weißt du schon, ja? Ah, shit. Hey, ich bin Detektiv. Wir kommen Geschenke! Ich hab's in den Pool gebraucht. Wie? Ich hab's in den Pool gebraucht. Ich muss eigentlich auf Grenzen werfen. Ich hab's schon gezündet. Du kannst sowieso nicht so viele Geschenke explodieren lassen. Weil, äh, Worn Credits. Das sieht ja aus wie andere. Die Worn Kredite. Oh! Friendship. Oh, was? Ich bewegt mich nicht mehr. Die ultimative Freundschaft. Aber der war nicht gut. Nee, der ist doch dahinter der Wand. Oder ist der in der Wand? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendjemand schlecht gezielt. Ich hab noch niemals einen Traitor schon eingekommen gehabt. Ich dachte, der ging direkt auf dich. Hallo, Early. Ja, naja, die Wand ist zu breit, glaub ich. Hast du Waffen? Der muss auf jeden Fall im Schwimmbad geöffnet worden sein. Hast du gerade noch geschossen? Waffen. Heuchy, Heuchy, Heuchy. Doch auf dich. Wer hat auf mich geschossen gerade? Das war Heuchy. Nee, der hat aber keine Diegel gehabt. Hier wird... Ach, das war... Kann man in den Pool? Nein. Ja. Einmal ja. Einmal kannst du in den Pool, Early. Die Map ist nicht so gut programmiert. Ey, spring mal rein. Was? Ich wurde eingesperrt. Ich wurde eingesperrt von der Person, die hier ist. Hallo! Nein, das bin ich nicht. Linke Toilette, Linke Toilette, Linke Toilette. Was ist denn los? Linke Toilette. Der, der, der hier ist. Der war's. Die Sterne. Anne war's. Tötet Anne. Oh nein. Wir töten Anne. Unter Wasseratmung kaufen. War das draußen nicht? Los, mach dich. Oh, er schiebt jetzt gleich. Oh, er schießt, schießt zurück. Er triebt. Oh nein. Beobachte dich. Er will doch rausschießen, du irrer. Horschi! Aua! Anne, was du hörst? Öffnet die scheiß Tür! Nein! Oh nein! Also, wir hatten gar nicht, dass es geht. Der Raum da unten ist fertig. Also, der Raum da unten ist fertig. Komm mit den Ibn und Ronan, das Klo muss heute nicht mehr geputzt werden, das ist schon sauber. Moment, sollen wir jetzt Anne töten oder nicht? Nein, Goro ist es. Mach den Raum da unten, er ist freustig. Ich will Anne töten. Will das noch Neviath hören, oder? Wiiiii! Ja, Erli töte Anne. Eviath hat's auch gesagt. Ey, hat's grad immer noch so. Aua! Wer hat das geschenkt gesehen lassen? Wer hat das geschenkt gesehen? Das hab ich immer auch gesehen, das hab ich gesehen. Schon wieder Anne, ey, ich hab's auch gesehen. Anne, was? Sie schießt auf mich. 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 Ich hab grad Anne gekillt, ich bin's nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das wusste er nur, weil die M geschrieben hatte. Ja, Goro ist es auch, Leute. Wir haben keine Märteile raus, Anne. Ich knall ihn jetzt an. Komm, komm mal bitte die Craps dahinten. Komm, komm mal bitte die Craps dahinten. Wieso schießt... Wieso ist Horchi noch am Leben? Weil ich krass'n Trailer gekillt habe. Horchi hat auf die Hände geschossen. Nein. Ja, um auf die Masina zu gehen. Gleich entschuldigt er sich. War, war Anne es? Ja. Anne, das war ja auch viel zu eindeutig. Ich mag den Keller, der Keller ist cool. Er stand ja auch bei dir unten im Chat. Er stand ja auch unten im Chat für dich. Ich hab Horchi auch getötet jetzt. Was, du hast Horchi auch getötet? Jaja, klar. Ich hab sie alle umgebracht. Willst du den noch weiterlegen? Nee. Sie baut jetzt einen Schneemann. Komm, wir gehen jetzt in den Keller. Gut dabei. Komm, auf geht's. Hopp. Können wir Gorboid nicht einmal erschießen? Weil er hat Horchi da jetzt gerade umgebracht. Ich find den Keller super. Hui. Oh, Julia, das sind ganz viele explosive Fässer. Hast du die nicht ertrunken? Ich mag das hier unten. Das ist voll toll. Ich wusste gar nicht, dass man hier runter kann. Ich dachte, das wäre irgendeine Traitor-Falle oder so. Jetzt ist einer. Ich bin tot. Oh, hier unten ist Wasser, Gott sei Dank. Ich hab' einen Reaktion. Oh. 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 Gar nichts. Unten ist irgendwas kaputt gegangen, Grenz. Hier das... Da hinten sind auch Bomben drin. Das Maschinenlager. Da ist der Traitor-Test drin. Nein, guck mal. Entschuldigung, Julia. Also, Horchi wurde... Da liegt ein Toter. Hast du gesagt? Ja. Nein. 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 Oh. Oh, aber was ist denn jetzt? Ach, Traitor's Fade. Du hast einen Traitor gebetet, Dalu. Julia. Maxi! Maxi ist der Letzte! Natürlich, guck mal auf den... Ist auch der Letzte Überlebende. Die waren noch nicht alle confirmed bei mir. Was bist du denn für ein Detective? Wo bist du denn, Nefi? Da. Oh, da nicht. Okay. Oh. Weiß. Ich hab nicht zu viel gesehen. Ich hab gerade den Scoreboard... Als ich den Scoreboard geguckt hatte... Ich hatte es gehofft, dass du drauf schießt, Dalu. Weil ich mir nämlich mit angeguckt habe, wie sie den umgebracht hat. Ich hab Julia nicht gesehen. Ich dachte, im Raum war ich... Oh. Ich dachte, es wurde mir so ein super steilischer Kind von dir gewesen. Ich wollte euch alle immer schön Stück für Stück darunter... Du kannst, Julia. Ich weiß nicht. Ich bin immer so süß. Du bist immer so süß. Du bist immer so süß. Toll. Ich bin ja durch den Traitor da auch. Anna, hast du den Raum geflutet? Nein, hab ich nicht. War das nicht. Wer hat denn geflutet? Man kann Raum fluten. Also doch, Anne. Nein. Ich hab ja nicht geflutet. Ich aber auch nicht. Klo fast noch geflutet. Ey, Geschenke! Der Weihnachts-Early verteilt Geschenke! Wer will er mal? Wer hat noch nix? Der Weihnachts-Early. Der Weihnachts-Early. Dann gibt's doch das Einflut. Dann hat er so... Der Weihnachts-Early hat einen riesen Sack mitgebracht. Der Weihnachts-Early hat einen riesen Sack mitgebracht. Aber wisst du, was das Schöne ist? Das Explodieren ist... Der Traitor kann ja nicht alle kleinen Pakete zum Explodieren bringen. Und das ist so richtig schön russisch. Komm, geh mir das an dir! Du bist da. Soll ich nicht sagen. Nephi, hast du eh Tür mit deiner Knarre. Was sagst du? Du hast ja auch zu wenig. Du hast ja auch zu wenig. Ich weiß, deswegen. Sie sind im Flug beide gestorben. Ja, im Flug. Aua! Die haben sich gegenseitig... Ich glaub, die haben sich gegenseitig gekoopert. Aua! Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass... Grants, ey. In so einem billigen Move. Du hast ihn absichtlich. Nils, hätt dir das doch gehört. Nephi, hast Nephi, hast Nephi auch. True Story, ey. Nils ist Detective. Und ich will... Das ist dein Kollege. Du brauchst Ansichtssache. Ich hab Nephi getötet. Das ist ein riesen Geschenk und ich find das voll toll. Das ist ein Traitorgab. Äh, Gorobai, was hast du mit den... Anne, was habt ihr mit den Leichen zu tun? Ich hab Nephi getötet. Hä? Hey, bist du tot? Ich hab Nephi getötet. Ich hab Nephi getötet. Hier, guck doch. Ich hab ihn getötet. Das ist ja wohl... Das ist so dreiste Lüge. Hä? Ich bin grad im Traitor-Shop, Julia. Wie hat es? Ich hab mich doch geschossen. Also getötet hat den Gorobai. Dankeschön. Du hast doch gar keine... Was habe ich jetzt den DeFi? Was habe ich nicht. Natürlich. Ich habe aber den raceskang gemacht. Ich auch. Und Gorobai hat ihn getötet. Ist Gorobai zum Abschluss? Nein, Gorobai ist safe. Anne noch nicht. Ich habe ihn getötet. Hast du nicht? Ne, da ist doch ein Dramm von Goro. Das ist die falsche DNA. Also wenn ich hier noch ne Leiche finde, der Cord bitte sofort den Detektor F. Das Juja. Trin. Trin. Juja. Trin. Ey, wollen wir so ein kleines Geschenk aufsammeln und mit Rechtsklick hin und her schmeißen? Was? Was? No, 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 no. Du warst zu schwach um heute auf den Weg zu. Juja. Ich versuch die Tür zu sprengen. Nein. Ich werde sterben. Taub. Oh Gott. Hinter mir sind alle tot. Arne, du warst das, ne? Nein! Ich weiß nicht, welcher Raum geflutet werden kann. Oh oh, oh oh, oh oh. Halt, warte mal! Dalu hat gesagt, Anne ist es. Das war zumindest das Letzte. Wollen wir draufschießen auf Anne oder nicht? Weg hier! Ich mach's. Ah, Crap, ist es! Ich hab auch drauf geschossen. Hey, Granz! Jo! Granz! Jo! Jo, Granz! Ich dachte, war super, Goro. Ich bin safe, Leute. Ich darf auch grad sagen, also ganz ehrlich. Das war so. Oh, ich hatte noch... Goro hat ihn erschossen. Äh, Goro hat ihn erschossen. Ja, hat er auch. Ja. Und wieso hab ich plus 1000 Karma? Ich schwör, ich hab ihn erschossen. Nein, deine... Weil du grad noch so viele Leute getötet hast. Aber du hast den Ava dran. Gut, den hat auch gecheckt. Das war wirklich dein Kill. Oh, Crap, das hat den Bug. Awesome, da hab ich ja richtig... Er wollte den Kill, er wollte den Kill. Ja, supergeiler... Ich weiß nicht, du siehst ja so komisch aus. Ich? Oh, heute hab ich doch getötet. Er hat Horchi getötet. Ich hab dann auch drauf geschossen. Und dann dachte ich halt... Nee, nee, gekillt... Das war doof von mir. Ich hab nur kaum Schuss mehr davon. Ja, aber ich meine... Ich hatte Horchi gekillt und Anne wollte auf mich schießen und Goro hat auch in die Richtung geschossen. Ja, und dann hat... Meine Güte, er geht aus dem Weg. Ich bin zu schnell wie es geht aus diesem Raum raus. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass ich ihn... Na ja, gut, gut, gut... Ja, toll, Goro, toll. Toll, was willst du denn? Wir haben gewonnen. Ja. Hallo, Julia. Geh weg von mir. Warum schießt du, Marc? Nee, du... Ich bin egal. Ich bin alle weg von mir. Ich baue ja gerade schon wieder auf, mein Kamerl. Lass mich gar nicht zusammen für die Texte. Hör ich dich jetzt hier zur Zeit. Ich geh'n Schneemann bauen. Oh, ist einer gestorben? Noch nicht. Ey, da snipert jemand. Da snipert einer hier. Good Gaming. Achtung. Die Tür und meine Ausbildung. Draußen wird gesnipert. Da schießt die Schneemänner ab. Ach ne, Fias, die haben dir doch nichts getan. Oh, ich will gar nicht hier rein. Ich will gar nicht hier rein. Ich will gar nicht hier rein. Oh, oh. Ich hab'n Leiche gefunden. Oh, Grants. Ich hab Grants getötet. Gerade schon. Ich hab' Grants getötet. Meine DNA auch. Hast du dich getötet? Nee, habt ihr alle nicht. Habt ihr alle, habt ihr alle nicht. Maxi ist safe. Warum geht meine Scheißmaus denn jetzt nicht mehr? Oh, Grants, so ein Noob, ey. Good Gaming war der andere, ne? Das hat Dingens gerufen, hat er gestorben. Das ist Nephiers. Was? Nee, das hab ich gerufen, weil ich noch lebe. Er ist in Nanga, hat gestorben und hat Good Gaming gerufen. Oh, Grants ist da hier. Erli hat es ausgerufen, aber Erli... Was hab' ich? Vorsicht! Ich hab' ich geschenkt. Unser Grantsy, Benzy. Bin ich geheuer. Erli, wo liegt denn Grantsy, Benzy? Oh, das war knapp. Wer wollt mich hier oben bringen? Einer von den Anwesenden. Erli? Oh! Wer war das? Julia... Julia ist wieder hier unten. Nur Anne kann das Geschenk gesehen haben, aus und Erli. Anne oder Erli, muss es sein. Ja, ich war in Denkung. MagFly. Ja, natürlich, weil du ja auch gedrückt hast. Nein, weil ich das Geschenk da nie gesehen hab. Ich hab eben noch gesagt, pass auf, da liegt ein Geschenk. Anne oder Erli muss es sein, wenn ich gleich sterben soll. Warum ich? Weil wir drei waren die einzigen in dem Raub. Warum Anne oder Erli? Weil auch beide ein paar töten. Ja, ich sag Erli. Das war so ein richtig schlechter Trailer. Wieso ich? War ein richtig schlechter Trailer. Leg mir am Arsch! Hose runter. Angebote hier, Wahnsinn. Aber er hat Grenzen getötet, der Erli auch nicht. Ja, dann haben wir ja unseren Tatverdächtigen. Ja, dann gib mir noch einer über. Und jetzt ruft der Raum. Ja, jetzt ruft der Raum. Ja, der Trigger-Happy Nephi, das liegt hier noch an. Ja, der Trigger-Happy. Ich hab alle Schneemänner mir den Kopf abgeschossen. Siehst du mal, was ich anrichten kann, ey. Monster. Oh, schon wieder! Oh, scheinbar hab ich den Namen nicht gesehen, ey. Weil hier hat nur einer hingeguckt gerade. Crabs will mich umbringen, Crabs will mich umbringen. Nein. Ich glaub Julia ist es auch. Julia ist es auch. Ich will einen Schneemann bauen. Oh, da ist noch einer mit Kopf, ey. Nein. Ich will einen Glücksmanager sein. Die besten Schneemänner mit Kopf. Oh, wer war das? Das war doch die Person, die wir haben. Das war doch Anne. Nado stand bei mir und hat gesehen, dass ich... Aber du bist die Einzige, die rückwärts aus dem Raum rennt und dann schnell weggeräuft. Also ich sag Anne oder Julia auf jeden Fall. Ja, ich mein auch Anne, weil sie ist nämlich rückwärts aus dem Raum gerannt. Das andere, die ist auf uns. Ich hab sie erwischt, hab sie. Hast du sie gekillt? Ja, sehr gut. Ja, 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 ja. Nice shot, ey. Genslip, wieder Grenzlip, 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 wieder Grenzlip. Was? Wo? Na, das war meiner Grenzlip. Ja, nein, 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 nein. Die sind beide lang. Ne, pass auf, die sind beide lang. Hab ihn, hierhin! Im Klo, im Klo, im Klo, im Klo, im Klo. Vorsichtig, nicht alle dabei laufen. Da ist ne Geheimtür, da ist ne Geheimtür. Na, er hat abgeschlossen. Early war es doch auch. Boah, ich bin gerade rechtzeitig rausgekommen, das Bad wurde gerade abgeschlossen. Also, ja, Pool, einer bitte zum Pool. Grenzlip, alle auf Grenzlip. Einer bitte zum Pool, ihr westlichen zu den Toiletten. Das sind die einzigen Ausgänge aus dem Traitorraum. Okay. Ach, ja. Ach, ja. Ja, weg. Ja, Early. Ach, ich glaub, ich glaub, Grenz ertrinkt gerade, kann das sein? Ist er hier drin? Ist er hier drin? Er ist irgendwie traurig. Ist er hier drin? Grenz, bist du hier drin? Na, hier nüch, da drüben. Grenz? Ist er wer drin? Nein, das gibt's ihm Geheimtür. Das gibt ein Geheimtürung. Kannst du eh nur aktivieren, wenn du im Traitorraum bist. Kannst du mich vielleicht heilen? Er hat mich gerade schon geheilt. Boah, ich bin Detektor. Oh, Plasma! Hey! Von rechts aus den anderen Kabinen. Da hat er mich angeschossen, Leute. Ja. Ja, halt erstmal Dado durch den Detektiv. Ist okay. Ja, warte. Wir sind heiß gerade. Dado trifft wenigstens was. Er ist klein, er läuft klein in der Haupthalle rum. Ey, das ist nicht. Ich hab getroffen. Horshi! Alter! Er hat nichts für meine größten Hefti. Das war nicht nett von dir. Ich bin da auf. Und links. Leute, er schießt doch da aus dem Hauptraum. Ich hau ab, ey. Wo ist denn? Mein Mainjack ist weg. Ich fag aus. Ich hau ab. Er hat gleich keine Mully mehr. Er lebt immer noch. Ja, sauber. Äh, Cress? Ich Idiot! Ganz am Anfang. Ich werf ein Geschenk und denk mir, oh, da läuft einer aufs Geschenk. Und dann war der Fan. Habe ich getroffen, du stehst doch aus einem Tod gleich. Habe ich getroffen, habe ich getroffen weg vielleicht. Aber das war gut. Ich hab einen Blumentopf erschossen, woraufhin du mir durch den Verdacht haben. Ja, wenn du in unsere Richtung schiefst. Ja, wenn du in unsere Richtung schiefst. Weißt du? Wenn du in unsere Richtung schiefst. Egal was passiert, ich tue doch euch heute. Ja, bitte. Du meintest Pool und Toilette wären die einzigen Ausgänge. Das ist nicht richtig. Im Keller kommst du auch raus. Es gibt die Toilette, also Mann und Frau, Ausgang und im Pool den Ausgang. Im Keller. Ich hab keine Waffen. Michi raus. Ja, wer ist das? Ey, Hilfe. Ich muss kacken. Gehst du bitte weg? Aha, Goro. Das hat Michi raus. Telefon. Sehen wir noch. Boah, ich bin mal der Meinung. Ja, ja geil. Nefi, hast du mir teleportiert. Mach schon, ich schieße zurück einfach. Nein, nicht verhauen. Nefi, lass das. Nefi, wir wollen uns hier teleportieren. 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 Nefi und Dalu sind es. Was denn? Was sind sie? Wieso haben sie das gesagt? Wenn du nochmal schießt, dann knall ich dich ab. Ey, Nefi hat hier bin ich erschossen. Nefi hat hier bin ich erschossen. Nefi hat hier bin ich erschossen. Nefi hat Dalu erschossen, obwohl er inno war. Und ich hab dann Nefi erschossen. Sorry. Nefi ist es. Könnt ihr sie wiederbeleben? Ich kann leider nicht. Moment, Devringer. Devringer hat immer ganz drucken. Guck mal da, Devringer. Hier drin, hier drin, hier drin. Hauptraub. Nefi, warum bist du so wundet? Immer noch wegen dem da. Ich hör es ja nicht. Er schießt auf mich. Er schießt auf mich. Er schießt auf mich. Das war richtig knapp, ey. Anne hat nen Bulldozer gekauft. Die ist auf den Toiletten. Man, echt crap. Die ist auf der Toilette. Julia, 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 Julia. Einfach alle. Hi. Ah, Julia. Wie sind die denn alle? Lalo ist in der Haupthalle. Am eigenen Bereich. Da ist er. Mein Name noch nicht gesehen, Neil? Doch. Ich weiß nicht genau, wo. Flute den Raum jetzt. Fick dich. Nein. Scheiße. Die Zeit rennt. Ah, ich mach kein Leben. Der ist unser Held. Der ist unser Held. Der ist unser Held. Leute, ihr müsst das doch mal checken, wenn die beiden Traitor sind, ey. Warum? Was sagst du? Wir haben es doch gar nicht angekündigt. Wir wollten uns dann nur... Ah, ich bin auch gestorben. Ich wusste, dass er es hat. Ich wusste mich beeilen, ey. Wer hat denn gesagt, er hat Nephi getötet, obwohl... Ne, Nephi hat Dalu getötet, obwohl Dalu Inno war. Weil Dalu dann im Deadwinger war und dann halt noch als Inno gezeichnet war. Oh, richtig. Da checkt man doch. Wieso? Ja, Grants hat das doch mit Absicht gesagt. Der war doch auch Traitor. Ja, eben. Aber das war Gregs. Ich hab gesehen, wie du den Bulldozer angelegt hast. Doch bevor... Ich weiß, dass du da warst. Ich bin ja extra in die Kabine reingegangen, damit du mich nicht gleich abknallen kannst. Ich hätte dich auch... Leid, du musst es schlafen, weißt du schon. Ich hätte dich auch beknallt, weil da nämlich der einzige Weg ist in den Raum. Jetzt hab ich ne Waffe. Jetzt hab ich tot. Nein, du hast doch gesehen, dass du die Kabine reingegangen bist. Oha. Dann doch mal Traitor. Ich könnte dich trotzdem... Ja, ich bin jetzt erst mal reingegangen. Ich könnte dich da schon erschießen. Grants, pass es mit diesen Aussagen auf, ey. Na, eben haben wir nichts gesagt, dass er... Nee, aber da geht man nicht rein, weil da sind keine Waffen, wenn du gar nicht... Hallo. Das ist einfach nur der Weg in den Traitor-Raum drin. Du willst doch hier in der Klokabine gehen, wie der will. Das ist doch kein Grund, den da als Traitor. Geh auf die Planke. Oh, nee, das ist ja... Du hast... Oho, guck mal. Was sollst du denn? Es wird mir gar eine Unfiniert, wie es war. Was denn? Ich war nicht im Traitor-Shop. Hallo, wenn ich jetzt ertrinke! Guck mal, wie er da tanzt. Eigentlich müsste er doch sterben. Kommt sowas. Was warst ihr denn jetzt, da? Hey, ich hab ihn geschubst. Weg. Kommt man irgendwie durch, ohne da durch diesen Raum zu laufen? Oh, oh. Oh. Ohne zu ertrinken? Ja... Samba! Oh, oh, oh. Los. Flieg. Du musst sehen, wie das unter Wasser aussieht! Bist du grad gestorben, Krabs? Nein. Ja, da ist ein Fass. Hey Oh, das ist Traitor! Oh, 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 good game! Oh, ich wurde gekutzt, wird hinterlegt es encountert! Back meine Eier rüber dahinter! Oh, so das war gapsch vẫn! Ich hab ja jemanden hoch als du runter bist. Hast du gesehen? Hast du was gesehen? Ob jemand raufgekommen ist als du runter bist. Ich hab ja doch gekupert. Das geht's doch nicht. Ich hab mir trotzdem aussehen gepupert. Warum geht's doch nicht? Meil ich was? Du kannst das nur als Traitor zur Explosion bringen. Ja. Was für ein hässliches Rentier. Jetzt ist es viel besser. Ich bin froh, dass ich die Zeit nicht sehen kann. Keine Muni! Gibt's dir noch einen anderen Weg raus? Sollte ich sterben? Ich versuch ihn noch mal zu konfrontieren. Kommt man hier noch anders raus? Das sind ja mal die Besten. Oh man, Crats, ich hab Angst. Es kann sein, dass ich sterbe. Es kann sein, dass ich sterbe. Ich bin im Pool mit dir. Theoretisch, wenn du dich auf die andere Seite stellst. Doch, ich leb noch. Dann knallst du mich einfach ab, ne? Ja. Hey, ich hätt dich schlecht getötet mit einer Daumen oder so. Ich versteck mich einfach hinter dem Schneemann. Hättest du gar nicht. Schade, dass man nicht so groß ist, dass nur noch der Kopf rausguckt. Ja stimmt, das wär auch geil. What the fuck? Wer geht ab? Wer geht ab? Wo ist der gestorben? Ruf mal, ja. 1, 1, 0. Crabz. Goro? Ich hab Horchi umgebracht. Und? Wo seid ihr denn? Ja, Horchi ist später gewesen. Alle, geh weg, geh weg! Ah, ne Taube! Von? Keine Ahnung, ich wurde aber auch erwischt. Maxi, du eventuell? Ja, Maxi hat nicht identifiziert. Natürlich nicht, weil da ne Taube war. Einen scheiß Traitor läuft. Bist du das? Dann identifizier mal, warte mal. Die Leichen hier. Au! Wow! Ja, ne Rade, die ist ein, der anders außerhalb der Map. Irgendeine Ahnung war noch am Leben. Das war jetzt blöd. Maxi. Er ist nicht erst gestorben. Er ist tot. Ich weiß nicht, ob er Mirror Fate hat. Sonst noch wer da? Ich mach grad Party, hörste? Ich mach nur vier Leben. Ich bin gleiches Ziel. Haut mal rein. Vier Leben? Ja. Wo bist du denn? Das verrate ich dir nicht, oder? Ich weiß dir auch nicht. Komm, ich bin Radar. Ja, von mir aus. Hä? Ach komm schon! Scheiß Sniper, ey! Ich hab dich deswegen nicht gesehen. Wow, Niki, wow. Nein, lad mal schneller da, du Kack-Waffe! Wow! Nice! Ich hatte nur die Akimbos und die laden ewig nach. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschau!